Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der 1. Generation. Wir sind also momentan in Frankfurt. Er hat ja gerade da den Kraftstoff hingeliefert. Und jetzt habe ich eine neue Ladung. Die geht nach Straßburg. Diese da, das ist ein Tankbehälter. Der ist das Gerät und damit muss ich nach Straßburg fahren. Meine erste Auslandstour mit dem LKW. Mit dem Simulator war ich schon mal da. Wie sieht das mit dem Licht aus? Kein Licht hier. So geht das aber nicht. So geht das aber nicht. Spielereinstellungen. Standorteinstellungen. Wie sind wir denn jetzt hier? Ja da sind wir genau. Und wo muss man hin? Geradeaus denke ich hier. Ja war gerade schon was zu sehen. Geht der leuchtet ja hier auf. Was haben wir beim Beziehen? Machen wir ja den Motor an. Geht der leuchtet. Ja. Fettige Pommes? Ne. Jetzt sind wir los. Kommen wir jetzt fahren. Fettige Hitzige. Dann fahren wir mal Richtung Ausgang. Langsam 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 langsam. wir sind hier in der linkszieht. Hier wieder sind lights�� und dann auch weer und dann fahren wir runter. Ok wir sind auf der Straße. Hurra! Jetzt Jetzt ja, Momento, jetzt geht es gleich nach links, noch ein Stück, in dieser Ampel glaube ich. So, abhambeln, dann nach links und dann nach rechts. Da haben wir ein Stückchen Warte hier, wenn die uns mal da durchlassen, dann fahren wir da rüber. So, sind wir schon mal heil angekommen. Und wo müssen wir jetzt, jetzt müssen wir gleich rechts fahren, langsam, langsam, lieber langsam fahren als, ähm, müssen wir jetzt hier halb rum fahren oder, sieht so aus, ähm, weiter, weiter, und jetzt, jetzt müssen wir hier runter. Jetzt fahren wir hier hoch. Was ist der, was macht der jetzt hier, der macht jetzt eine Pause. Jetzt kommen wir nicht von der Schelle. Okay, da sind wir. Es kann losgehen in Australisburg. Jetzt sind wir auf der, der 66. Also der hat gar nicht so viel Gewicht, der haut gut ab. Wie sieht das mit dem Tränken aus. Und wenn du langsam vorsichtig, ich muss gleich wieder nach rechts fahren. Also der Senkrat jetzt wieder ein bisschen anders als gerade. Muss ich jetzt hier schon hoch? Ich hoffe ja. Dann müssen wir hoch, genau. Also ein Tank. Wir liefern einen Tank und, ähm, nach Straßburg. Also gerade haben wir also gelernt, also habe ich gelernt. Wenn ich nicht auf der britischen Fahrstrafe, weiß ich nicht so genau. Weiß ich nicht so genau. Sind meine Fahrstrafe nie in Anspruch? Bin ich 85 bin ich. Wieso fahre ich so schnell? Langsam, 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 langsam. Muss ich jetzt hier hoch? Nein, hier muss ich nicht hoch. Ich muss geradeaus fahren. Ja toll. Hier muss ich unter die Unterbrühen durch. Und dann, äh, da hinten hoch. Oh, da hinten mit dir. Und dann, wenn wir nach ihr hier seht, dir, na. Da hinten mit dir, dann bin ich suggang. Also bin ich gut. Da hinten mit dir. Oh, da hinten mit dir. Oh, da hinten mit dir. Man, das ist doch toll. Da hinten, da hinten. Das ist doch fast. Also ist es doch sehr nah. Ich glaube in Straßburg habe ich letztes Mal auch schon große Verwüßungen eingerichtet. Aber jetzt egal, das ist ja nur ein Spiel, ein Simulator. Dann fahre ich da vorhin auf die falsche Seite, die falsche Werkstatt. Da fahre ich auf die Werkstatt, statt den Kraftstoff abzuliefern. Das war natürlich auch blöd. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir eine Tankstelle. Muss ich tanken oder? Weiß ich nicht genau. Wie sieht mein Tank aus? Tank ist nur gut. 3,4 voll. Ich sollte reichen für Straßburg. 154 Kilometer. Außerdem hätte ich ja erwarten müssen. Das gefällt mir auch nicht. Ja, also auf in schöne Straßburg. Was immer es da zu sehen gibt. Wir sehen schon mal grün links und rechts. Was läutet da jetzt auf, Jan, bei mir? Hat ich da einen Blick angemacht oder? Ja, ich ziehe hier so komisch rüber. Muss ich jetzt hier recht geradeausfallen oder? Momentum. Da geht der Mannheim. Der Mannheim wollen wir nicht. Wir wollen hier eigentlich geradeausfallen. Das Denkrad ist wieder sehr komisch hier. Es zieht nach links. Wenn ich das los lasse, dann zieht das Denkrad nach links. Simuliert er jetzt hier Fehler oder so? Stuttgart, Zürich. Hier muss ich glaube ich runter. Was steht da? Stuttgart, Straßburg. Also, der Fett hier, merkwürdig. Was ist das hier? Stopp. Unfall. Da bin ich aber jetzt nicht so auf eingerichtet. Hier am Unfall. In der Ausfahrt. Jetzt kann ich hier gar nicht runter. Scheiße, muss ich also geradeauswarte fahren? Da kann ich also nicht runterfahren. Es war gesperrt. Also, Navi. Das Navi muss jetzt eine neue Route erreichen. Ich hoffe, der macht das auch. Ich bin zu schnell. Von 80 brauche ich nicht. Ich möchte den Tank jetzt nicht gleich in den Grafen setzen. Ja. Es geht jetzt mal geradeauswarten. Wieso zieht ihr? Wenn ich jetzt denkrad durch lasse, zieht ihr den nach links, aber ganz gewaltig. Ja. Das zieht aber nicht an den Karten, das habe ich vorhin auch nicht gehabt. Der simuliert ja irgendwie so einen Scheiß. Das ist ein Fehler. 90. Wieso bin ich auf 90? Runter, runter, runter. Langsam. Noch langsamer. 60. Ja, so. Schon besser. Schon besser. Es fängt an zu rechnen. Schauen, wie ich ergehen noch. Den Tunnel brauchen wir gar nicht. Jetzt brauchen wir wieder den Tunnel. Den habe ich ja heute schon ein paar Mal. Was wir den anderen, denke ich mal. Ja. Nur drei Stunden. Wo fahre ich hier hin? In die Karpaten oder wie? Schnee. Also, liebe Beifahrer, die kriegen sie was geboten. Tunnelfahrten. Momentum. Langsam, langsam, langsam. Bin wir viel zu schnell. Jetzt haben wir auch noch Schnee oder wie? Schneering. Das gefällt mir gar nicht. Schnee, Regen am Dach. Der heißt, es regnet dir aber viel. Gestern Regen, heute Regen, am Tag Regen, Nacht Regen. Okay. Irgendwann halb langsamer. 36 ist vielleicht zu langsam, aber. Ich bin ein Verkehrshinder, das ist ja, danke. Was soll ich hier wieder für einen roten Streifen hier, wieder Bauarbeiten, Ausbauten der Strecke oder? Ja. Okay. Ich bin schon wieder zu schnell hier unterwegs. Ich gebe gar kein Geist und trotzdem haut er ab hier wie ein Lumpi. Gehe weiter. Ich fahre ich auf 46 runter. Jetzt können wir wieder Geist geben. Ja. Ja, die zweite Tour heute also. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier so ein Schneemalschöcke. Was soll das werden hier? Nach Zürich. Ich muss jetzt wieder rechts oben rum. Aufpassen, langsam, langsam. 66 sind wir. Ich muss jetzt hier schon runter. Ich muss jetzt hier nach Salzburg. Der Wagen müsste in der Repertur hier muss rum. Ja. Und hab ich die Grenze schon über. Jetzt fährt er wieder gefasst umsonst und ohne dass ich auf das Kreispedal drehte, heute hier ab. Jetzt sind wir bei 60. Ja. Bin ich jetzt hier richtig oder? Ja. Was kommt es da hinten? Da weiß man geradeaus und ich sehe hier überhaupt nichts. Da geht es nach Salzburg. Hurra. Wir sind schon mal auf der richtigen Seite. Und der Regen wird schon mal. Ich wusste gar nicht, dass Salzburg zu viel Regen hat. Und dann fuhl ich von Salzburg glaube ich nach Zürich mit der, ja womit weiß ich nicht mehr genau. Ja. Jetzt fangen wir hier also ab. Stopp. Und dann da hinten wieder hoch. Stopp. 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 Immer so mit der Kuppein. Aber nicht so. Kärkow. Langsam. Ja genau geradeaus. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Unterfung zugleich so spontan kommt. Und jetzt sie wieder zurück oder was machen wir jetzt? Ja durchgetrunkenen Wien hier. Ein paar Augen bei der. Ja wir sind schon richtig. Wir sind schon mal richtig. Wir sind schon mal richtig. Aber. Es regnet viel Teufel. Und ich sehe kaum was. Und ich habe Mühe hier die Spur zu halten. Wieso piepst ihr hier? Fahne ohne Licht sagte. Er hatte recht. Habe ich denn kein Licht an? Warum habe ich kein Licht an? Stand dicht Marmolian. Ist das ausgefallen oder? Jetzt haben wir stand dicht an. Da kommt doch schon die Polizei. Okay. Und weiter geht es. Dann passen wir mal den. Das schande ich hier an. Dann kommen gleich die Gesetzeshüter. Also wenn sie da aufgewartet hätten hier in dem Programm. Die müssen sich hier irgendwo stecken. in der Programm Nische. Jetzt haben wir eine schmale Straße. Ja eine schmale Straße. Da sind wir halt so. Haben wir alles gut im Blick jetzt haben wir ja. Jetzt haben wir alles gut im Blick. Sind wir schon in Straßburg oder sind wir auf dem Weg dahin? Jetzt hört der wieder ab hier um 50. Ich will gar nicht so schnell fahren. Es reicht wenn ich sicher ankomme. Wo fahre ich hier hin? Am Bauernhof oder? Jetzt ist die Straßburg oder Wien. Ruhreich. Ich habe auch noch keine Zollstation und nichts gehabt, keine Mausstation. Mal sehen. Kommt vielleicht doch, habe ich letztes Mal gehabt, eine Mausstation. Da werde ich auch beinahe reingebrettet. Ja, die Blumen lassen wir mal stehen, ne? Und, ähm, was haben wir hier, landschaftliche Dule, oder? Wieso fahre ich hier so schnell, wie das hier abfällt, oder? Ich gebe gar keinen Geist und trotzdem haut der ab, ja. Wollen wir nicht langsam mal auf meinen Lieber? Finde ich brauche ordentlich fein, aber jetzt haben wir da Sonnenblumen auf der linken Seite, ist auch schön, öfter mal was Neues. Aber habe ich im PC, fährt man durch Sonnenblumenfelder. Ich muss, äh, ich muss was trinken. Ja, also weiter bitte. Wie weit habe ich denn? Noch eine Stunde, 60 Kilometer. Wir müssen weiter da sein. 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 Wir müssen weiter auf der falschen Spur, oder? Zwei-spurig, oder? Eins-spurig, oder? Habe ich hier, kommt hier Gegenverkehr, oder? Windmühle, oder? Windmühle, auch sehr schön. Ja, eine Windmühle. Also erst im Sonnenblumenfeld, und dann eine Windmühle. Sollte man ein Ausflugsfoto von machen. Ja, weiter, genau. Mit der Landstraße hier, brauchen wir nicht. Denken haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Sprint jetzt da in Frankreich günstiger ist als bei uns. Der war schon chillt. Was stand da drauf? Oh, oder? Mein Tum. Da haben wir jetzt hier zu einem Hinsübergang, oder? Was haben wir da? Die Pipeline, oder was? Da hinten haben wir großen Bohren, oder? Was sind das hier? Bunkeranlagen, oder? Ja, das ist ja auch. O. Was macht das? Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Dann machen wir ja. Wir sind ja gleich da, mein Lieber. Wir sind ja gleich da. Wo kommt die Musik jetzt, ja? Ich hab keine Musik eingeschaltet. Wo kommt die Musik, ja? Langsam, langsam, hier muss ich abfallen. Langsam, langsam, langsam. Wieso hab ich aber Musik? Wird die Video abgeschaltet oder ausgeschaltet oder nicht? Jetzt seht man hier runter und dann rechts. Wird die Video abgeschaltet oder ausgeschaltet oder nicht? Wieso, jetzt schaltet die Musik nicht? Ja, nein. Wieso, jetzt schaltet die Musik nicht? Nein, du wahrscheinlich. Jetzt muss ich hier rechts fahren. So, sind wir gleich da. Ja, der Kunde wartet, bald ich reingekommen. Ja. Weiter, wie müssen wir die Video sehen? Gerade auch noch. Auch jetzt auf der Chat. Ja, genau. Weiß ich auch, wie geht es weiter? Und dann, muss auch noch, wenn du so aufpassen, dass wir hier, die Gelsche wieder aufnehmen, wir müssen jetzt hier wechseln. Es geht gar nicht, ne? Dann müssen wir jetzt hier, und halt aufs Mal weiterfahren. Müsst ihr weiterfahren? Müsst ihr weiterfahren auf die Zoom? so links jetzt links rein genau links rein und dann Das haben wir hier ein bisschen rum. Die titscht gleich hier ein oder? Müssen wir jetzt hier gleich gleich hier ein? Oder wir müssen gleich hier ein? Die müssen wir gleich ein. Dann kommen wir gleich auf die Brücke. Ja, auch war das die Verteilste. Die zweite Auftrag heute ist erledigt. Ja, haben wir. Neulich habe ich eigentlich gesammelt. Also 345 Kilometer. Ähm, was haben wir? Die Erfahrung der 145. Passes Vergütung. Level 3 bin ich also jetzt ausgezeichnet. Fortfahren. Ja, gut. Zweite Tour. Können wir jetzt eine dritte Tour machen? Wo sind wir? Wir sind in Straßburg. Was gibt's denn? In Straßburg. Da sind wir nach Straßburg. Von Straßburg können wir nach Bern fahren. Oder wir können Wir können nach Wir können nach Metz fahren. Wir können nach Metz fahren. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. 22 Tonnen. 12 Tonnen. Wie viele meine Maschinen hier fahren können. Wie viele? Halt Kunststoff. Was? Wie viel? Der meiste Geld. Na, Rüftenburg? Verойд척. Der flüte Disney zu hören. Kannst du nicht, Dr Neptune fahren? Der flüte seres bist. Kannst du nicht eine Farbe machen? Die Komp helmen müssen. Geld mir Zufraß. Der ist fasz numärger. Lass uns sie den einen Türenßen machen. Da vorne geht es hier raus, ja und jetzt muss ich mal sehen hier Da ist wieder ein Tank, ich bin der Spezialist für Tankfahren, weil leeren Tanks kann ich wenig verkehrt machen. Ok, lieber einen leeren Tank als einen vollen. Ok, wieder ein Tank in die Schweiz. Ok, und wie sieht das jetzt hier aus? Wieso habe ich hier den Ringzahl? Ja, da habe ich die Ringzahl. Jetzt sollte die Ringzahl weg sein. Ok, das war die Ringzahl. Und dann 2, das wird 2. Habe ich noch alles eingeschaltet? Bis vorher war er, ich hoffe doch. Schallwischer, 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 Schallwischer. Ok, also da waren wir schon. Und dann können wir jetzt mal starten den Motor. Um. Um. Ich habe einen Schöp-schöp-schöp-schöp. Jetzt müssen wir nach links fahren. Okay, dann fahren wir da rum. Hurra, wir sind schonmal auf der Straße. Wir sind schonmal auf der Straße. Langsam stoppen, einen alten Spiegel ausrichten. Das habe ich gut gemacht. Warte und warte. Jetzt geht es gleich nach rechts. Noch nicht. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen um die Kopf fahren. Ja, jetzt wird der besser. Geht der jetzt hier schon hoch oder? Ja, jetzt müssen wir hoch fahren, rechts hoch. Und dann fahren wir jetzt mal hier. Dann gehen wir hoch so. Ohne, dass wir da oben hängen bleiben. Nach Luxemburg muss man ja oder nach Bern? Nach Bern hat ich gesagt, ja. Nach Bern. Und dann fahren wir jetzt hier erstmal. Ah, geradeaus. Am besten ohne Unfälle. Ohne Unfälle. Loch ist jetzt hier schon runter oder? Nein, hier noch nicht. Die nächste muss ich jetzt hoch. Hier noch nicht hoch. Dann nehme ich auf. Ich werde das vielleicht mit dem Zettel aufziehen, damit ich das besser sehen kann. Was weiß ich, da ist es wieder. So schwer ist der Denker gar nicht, oder? Ja, gibt aber vierte Ränderungen. Für eine Fahrt halte ich natürlich für ein Fantasie-Pass. Als Arbeitnehmer kriegst du 2000 Euro im Monat, nicht pro Tag. Aber die jungen Leute, die trauen vielleicht vom großen Geld, da kann man denen vielleicht ein bisschen Spaß machen können. Ja, also auf in die Schweiz. Da hat er dann eine Panne. Wieso, ich trinke die schon wieder immer da ein bisschen. Ja. Also mit dem Gerät hier klar zu kommen. Ist auch eine Kunst hier. Mit meinem Lenkrad. Mit dem Programm hier. Die 1000 Einstellungen. Und ich habe keine Ahnung von allem. Weder was ich einstellen soll. Und auch wie das funktioniert. Wie jetzt hier sind wir. Was haben wir jetzt? 90 können wir fahren? Ja, weiß ich auch gut. Schön. Ah. Also fangen wir erstmal weiter. Fangen wir auch langsam fahren. Aber wir kommen sicher ans Ziel. Ja. 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 Ja, ich will schon mal Ellera ist in, na ja. Ich bin in den USA, aber ich bin in den USA. Ich bin in den USA, aber ich bin in den USA. Ja, ich war hier wieder ein bisschen besoffen. Dabei ist der Tank leer. Das ist ein neuer Tank oder ein Halter, der eingeliefert wird. Aber trotzdem wird der hier komisch. Da fahr ich komisch. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ich fahr hier von der anderen Straße und seht auf die andere. So geht das nicht. So geht das nicht, mein Lieber. Schön auf der Spur bleiben und dann, wenn du irgendwo anders hin willst, dann ist es gefährlich, den Blinker. Schön zu wieder. Hab ich einen Krieg in der Optik oder? Ja, eineken einem Daumen kitchen, dann bestands妳. Ich sollte hier noch einmal gingschlarisch haben. Wollte ich an den Here habe ich mich auf die anderen Variante oder Fairärke aus zu achten. Ja, das einmal Die vierte Tour heute. Drei Touren an einem Tag, also in die Schweiz. Auf in die Schweiz. Was haben wir da? Da kommt gleich irgendwas. Was kommt da? A35 steht da. Okay. Das ist der folgende. Ich muss jetzt mal hier rum. Ja. Und dann geradeaus fahren. Jetzt haben wir zwei Stunden. Warum noch? Zwei Stunden noch. 140 Kilometer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange brauche ich hier? Eine Stunde fahren in Wirklichkeit? Und sind dann 15 Minuten hier am Spiel? Oder wie ist der Zeitfaktor? Ja. Sehr schön. Aber wieder der weiße Bus. Ja. Den hatten wir schon ein paar Mal. Der hat mich schon mehrmals überholt. Sprit sollte noch reichen. Aber vielleicht tun wir bald mal denken. In Bern, wenn ich bin. Ich bin schon da. Ich weiß nicht mehr genau. Wo müssen wir jetzt hin? Wo sind wir jetzt hier? Stopp. Langsam fahren. Langsam fahren. Langsam fahren. Langsam fahren. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Eine Stunde und 44. Und wann bin ich so weit entfernt? Ähm. Sind wir schon in der Schweiz? Oder ist das jetzt hier ein bisschen ein Neibentunnel? Oder? Und das ist ein massives Ding hier? Neibentunnel. Das ist vielleicht, ähm. Ja. Die haben da oben einen Tunnel, wo sie da Grennspaltung machen. Aha. Was ist das? Die Anzeige? Bern. Geradeaus. Ja. Hier geht's nach Bern. Aber der Rest muss mal gleich fahren. Jetzt schon gleich. Ja. Jetzt müssen wir genau. Weiter fahren, bitte. Das ist Juna Schwarz. Das hatte ich vorgesehen, glaube ich auch schon. Das sind eigene Straßen. Das sind eigene Straßen. Und dann überall. Fernends. Und dann The aplic избers sind 보시 empezar TWIN. Mit Anzustand. Dann weiß man das Entschuldigenunnel. Und genau. Hundert. Ok. OK. Langsam fahren. Langsam fahren. Langsam. Langsam fahren da oben. Toyota. Dann so. Immer weiter ruあ. So können wir in die Berge fahren, Berge hoch, Berge runter, Terpenzinen, ich bin Schwertransporter, ich kann nicht fahren wie Rennfahrer. Jetzt muss ich gleich rechts wieder fahren, jetzt können wir 80 fahren, 70, 65 bin ich flieger, jetzt gleich rechts fahren. Sind wir jetzt schon in Bergen oder? Sieht sich auf jeden Fall in der Schweiz an, die kleinen Straßen, die schmalen Straßen. Also wieder Sonne mit großer Blendung, gefällt mir aber nicht. Ich habe noch nicht gefunden, wo ich den einsetzen kann. Wir haben in der Erde, ja. Wir haben in der Erde. Wir haben in der Erde. Jetzt müssen wir gleich in der Schleife draufpassen, dass wir dann die Abfahrt nicht verpassen. Weiter noch fahren. Jetzt kommt der gleich, oder? Ich sehe nichts. Müssen wir jetzt hier schon runter? Ja, ich glaube ja. Hier müssen wir schon runter. Und langsam, ab 40. Das geht bei mir natürlich gar nicht. Ich habe hier keine Motorbremse. Eine komische Automatik hier. Da kann ich das so mit dem Fuß nicht so richtig steuern. Okay, hier sind wir bei der, ja, bei dir sind wir da. Unter. Schaut mal mal. Schaut mal mal. Die engen Straßen hier, kann mich hier gut um die Straße halten, langsam fahren, langsam, 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 langsam fahren, langsam fahren, so, das ist vielleicht die Geschichte hier bei engen Straßen, ok, wo müssen wir hier hin, ja wir sind da gleich, hier war ich ja schon mal in Bern, wo muss ich jetzt hier, noch ein Stück gerade ausfallen, Straße folgen, ich muss aber hier noch ein Stück rein liegen, statt, das Navi sehe ich anders noch weit entfernt ist, was war das? Ich bin mir noch, hey, da ist rein. Ich bin mir noch, hey, da ist rein. Ja, ich bin auch mal der Ampel dankbar, dass ich mal einen Stück trinken kann, weil ich vor lauter Reden und Anspannung hier komme ich gar nicht dazu. Ja, ich habe also noch kein Gefühl für die Breite des Eigerwes hier, für die Breite und für die Strömung hier, die Eigerwes hier zu langsam. Da vorne muss ich nix fahren, wenn wir können. Wechseln wir mal die Spur. Jetzt schon, oder? So, hier wir ja. Und jetzt muss ich mal das Wiesbügegasch-Ding funnen. Das ist Wiesbügegasch-Ding. Und dann wissen wir, dass wir da jetzt überkommen. Was macht hier jetzt, hier, hier ist es, äh, vom, der war es jetzt und dann, äh, ist, so. Okay, das ist weiter, da. Wo ist denn denn vorbei? Okay, dann machen wir weiter. Okay, dann machen wir weiter, da. Wo soll ich denn gehen? Was hat der gerade langsam, was ist das, die Tapezine oder wie? Weinfelder. Wo geht's denn bis hier lang? 19 Uhr. Es ist vielleicht dunkel. Ich muss jetzt sehen, dass ich jetzt hier vielleicht das Ziel erreiche. Ist wieder rechts oben in den Kuchen hier. Und dann mit der Fuhr da hinten dran. Ich möchte nur, dass es auch die Farbe macht. Ah, sag ich mir nämlich, stopp, 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 langsam. Langsam, langsam. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da haben wir eine Polizei. Da hat die auf Milchschnee. Jetzt hier müssen wir rein. Da müssen wir ja schon rein. Wie auf den Hof müssen wir. Wie auf den Hof müssen wir. Ausholen. Da müssen wir hin, genau. Da müssen wir hin. Welches? Ah. Neun Stück. Neun Stück. Jetzt aber. Okay. Deine. Bestätigen. Ja. Also was andere. Ja. Okay. Aber ich habe jetzt erstmal eine Notfahrt gemacht. Ich habe jetzt also eine Fahrt gemacht nach Straßburg. Und von Straßburg nach Bern. Und morgens hatte ich von Stuttgart nach Frankfurt. Okay Leute. Ich war verabend. Es ist erreicht. Und mir ist erreicht. Ich kann mich jetzt hier auch gleich 16 Uhr. Und ähm. Wie sieht das hier aus? Karriere in Wiking. Also. Ja. Ja. Ich bin bei 7,13. Und 10. Dafür habe ich zahlen jetzt die Rufstück bekommen. Für den Vorheiztag. Der Anliefer in Wiking. Und für die. Die schweren. Die schwere Dauer. Zahlen werden 20. Als Friedsteiner. Und. Ja. Und. Und. Ja. Okay. Was haben wir bei den Fähigkeiten? Bei den Fähigkeiten. Da haben wir die Anhängen gemacht. Ja. 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 Ich sehe die Minderweil, das ist hier. Ich habe die 3,5 in Schwoen. Ich sehe die Minderweil. Und jetzt, Mein Bauch ist hier erziehende Stoffe. Was heißt jetzt hier? Was heißt jetzt? Ja, die Einleger. Wie zum Beispiel Dynamit Diagnose. Habe ich den jetzt oder habe ich den nicht? Das ist der zweite. Und die dritte Fähigkeitspunkte. Und was haben wir da? Und die dritte Fähigkeitspunkte. Einschalten und ausschalten. Gehen wir mal in die Hauze und dann kriege ich dann so eine Vorstelle oder was? Wie wirkt sich das denn aus? Ja, möchte ich speichern. Dann bekomme ich mehr Tanktour. Weiß ich nicht so genau. Kann dann, was ist das E-Mail? Was ist das E-Mail? Gut, gut gehts. Okay, gut, gut. Also, ich habe jetzt mal 18.000 Euro Konto, oder, seit mein Konto stand und auf 24 bin ich. Nur ein Viertel habe ich jetzt mal einen Weg aus 100.000 Euro. Wann möchte ich einen LKW kaufen? Bei 500.000 Euro vielleicht? Dann kann man vielleicht ein Viertel davon ausgeben, 20.000 Euro für einen LKW. Und dann bin ich Unternehmer, verdiene ich dann mehr oder bei dem Spiel hier. Was hätte ich jetzt hier dann kritisieren? 29.000 Euro für 10.000 Euro, 14.000 Euro für 50.000 Euro pro Tag. 100.000 Euro für 2.000 Euro pro Tag. 30.000 Euro für 50.000 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 Da sind wir also und dann können wir den Maus malen.